Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Hat der Gras im Kühlschrank. F**k our faked last name is! You have ruined my serenity yet again! My yoga is f**ked! Oh, is that what they're calling it now? You and your f**king yoga! Did someone say yoga? Oh, hello Fabian darling. Namaste. Namaste. You must be Mikael. Namaste. Let's film Sufi away. Now Michael, f**k yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Hey, tell me about it. Ah! There you are, you little sh**. Are you looking for this? That's great. You're a real a**hole. What did you just f**king say to me? Stop it! U2 you're ruining my f**king yoga! Somebody say yoga? Trevor? Das is Trevor! Michael. Hey, it's good to see ya man! Mhm, yeah I bet it is. Of course, ich bin nicht derjenige, der wurde zurückgekehrt. Das ist nicht so, Graham. Ja, ich bin in ein bisschen wunderschöne Situation. Du sagst mir, Mann. Ja. Eine solche, dass du dein eigenes Todes mit deinem Lieblingsbund und dann, du gehst mit dem Dough und dann, du gehst in einer großen Mansion. Ja, drei Mal so geil, Leute. Ja, drei Mal so geil, Leute. Oh, ich vermisste dich. Du warst besser, aber ich hatte eine schöne neue Pizze, bei der Seite. Jimmy, du, du warst besser, aber ich kann dich nicht beschleunigen. Wer bist du? Namaste, ich bin Fabian. Sieht wie eine Schwuppe aus, Leute. Good lord. Wo ist Tracy? Wo ist sie, Jim? Sie ist, ähm... 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 Sie ist, ähm, für Fähne oder Schäme? Fähne oder Schäme? Was du denn bist? Sie wissen, es ist das Talent-Skill-Show. Sie liebt sie, Sie wissen das. Was ist sie Talent? Danzieren. Oh, Christ, sie ist ein Horwärm. Was für ein Talent? Der war gut. Jesus Christ, was? Jetzt? Jetzt? Woher? Ähm... Die Maze-Bank-Arena. Oh, Tracy, die sich umfamiliert. Let's go. We go get her. We? Ja, we. Was? Willst du hier standen und diskutieren, während deine Tochter ein nationaler Lachen-Stock wird? Huh? Du bist besser, als ich dachte. Now, let's go! Come on! No, Trevor macht wenigstens RC-VAC. Trevor ist der Geilste, ich bleib dabei, Leute. So. Ich würde gerne Trevor spielen, aber ich muss Mikey spielen. Der Trevor ist ein Musiker. So, wir sollen zu Maze-Bank. Mit Mikey seiner Karate könnte man schon bessere Rennen fahren, Leute. Ich bin gut, Homie. Sie ist meine Daughter. Ich werde sie tunen. Oh! Upsala! Sorry, Leute. Aber Michaels Karate hält was aus. Müssen wir mal verstärken, Chassé, drüber, so. Bisschen tunen. Ich weiß nicht. Du gehst in meinem Haus und versucht mir zu erzählen, wie zu gehen meine Leben. Es funktioniert nicht. Oh! For fuck's sake! Es funktioniert nicht so, amigo. Es ist schön, dich zu sehen und alles, aber... Du stinkst wie Piss. Du hast Blut unter deinen Nählen. Und du sahst, wie du bist, für was? Eine Woche? Woher du sagst mir was? Ich bin jemanden, der weiß dich. Du fucking schlappierst, Snake. Ich weiß, als ich dich schlappierst, du einfach nach Hause. Wir werden deine Mädchen von diesen Scheißen bekommen. Du siehst nicht, wie du mir und Brad hast. Ja. Brad. Du bist ein terrible Fahrer. Hallo, ich habe Vorfahrt, Bruce. Nur wenn ich komme, habe ich Vorfahrt. Ich kann meine Zunge hinbraten. Ja. Okay. So. Wie hast du das? Oh. Ich komme. Corona. In der löslichen Glückwunsch und Herkundheit. Du bist oder in Los Santos? Ein paar Stunden an. Okay. So, woher? Sandy Shores. Der Alamo. Ah, hier ist es schön, da. Ja, das ist fucking schön. Ich meine, wir als hätten nicht den Tennis-Gårds, den Goflinks und den Pläufstilz, die die reine auch verwendet werden. Aber, gut... Aber, weißt du. Hurl. Ja. Ich weiß noch gar nicht. Mal schauen was das ist. Hier. Okay, da waren wir noch nicht. Interessant. So, ab am Parkplatz hier. Fame & Shame Trucks, Halleluja. Ja, ihr habt es schon Zeit für einen riesigen Arthron. Ich glaube, Behindertenparkplätze haben sie den gibt. Ja, geil. So, dann gehen wir diesmal an. Weg da, do see. Michael und Trevor haben seine Licht. Tracy, fucking DeSanta, fuck. Screw that! Where the fuck's Laszlo? Scheißt sich in die Hose, ne? Bei Trevor gibt's vor allem Leute. Alright. Yeah. That was really... Really good. Alright. It's the Auditions Fame or Shame Season 14 right here in Vinewood San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Tracy's a dancer, but you also like acting, modeling, and working with children. That's, that's beautiful. You're so original. Like a... 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 Who are these Clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Very Santa Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night. Haha, I'm too scared of someone. You wouldn't make love to me. So you don't know, it's 3-perin. Yeah, you wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave me, honey. Hmm. You're down. Step up 20 of this. Oh! Fuck him. Something about this. Uh-uh, that's enough. Oh! Oh! I said, that's enough! Hey! I got security! Security! So, dann wollen wir mal die Security aufmischen. So, was sollen wir jetzt machen? Verfolge Leslow, den holen wir uns. Ich renne mal Michael nach. Wo ist der Scheiße? Ist er draußen oder was? Ey! Komm mal da nicht durch die Scheibe, Mann. Wo ist der Arsch? Oh, mein Truck! Okay, okay, okay. Raus da! Boah, ist das geil. Wir fahren Truck, Leute. Allerdings muss ich euch sagen, der ist sicher nicht der Schnellste. Allerdings wird er alles platt machen. Oh, ho. Den schieben wir von der Straße, Leute. Da kommt ein fetter Truck auf den zu. Ja, aber den Nachkommen mit dem Truck ist auch böse, Leute. Naja, das ist auch kein Racer. Er hat doch recht. Mit der LKW. Mann, aus dem Weg hier! Ihr Säcke! Aber mit dem Truck wahlst du alles weg. Also das hat schon was. Bam! Oh, ups. Ja, mal rüberkommen. Das ist nicht so einfach. Mit dem fetten Teil hier. Versuche Geschwindigkeit aufzubauen, aber das ist nicht so leicht, Leute. Schau an ihn. Er ist auf den Trainingsracken. Schwierig mit dem Dicken hier, dass sie ihn nicht umlenkt, ne? Wir können ein bisschen Spaß mit ihm haben. Aber wir versuchen, diesen Bruder zu töten, okay? Wenn wir seinen kleinen Toys Auto kümmern, wer weiß, was zu ihm passiert. Er ging links. Jawohl, wir haben den abgehängt. Jetzt wäre der vielleicht ein bisschen besser. Können wir ihn ein bisschen aufhören? Vielleicht mit dem schubsen, dass er wo reinfliegt. Dann geht's. Aber der ist so schnell. Das ist das Problem. Und mit dem Truck hier zu fahren, ist es nicht gerade... So ein Sportwagen ist es nicht, ne? Ist halt ein Truck. Aber ich picke ihn am Arsch. Ja, dann kommen wir uns, ne? Weck da, Mann, Leute! Wo ist er denn jetzt? Da unten oder was? Der da runter! Den holen wir uns, Leute. Aber der ist so schnell. Gut, das ist ein Elektrokarader. Vielleicht geht eben der Saft aus. Weil hier ist es nicht gerade einfach. Mit einem Truck. Ah, da ist der Scheiße. Den holen wir uns jetzt, den Pisser. Oh, okay. Hey, hey! Ich kann es nicht aufhören, Mann. Ich habe es im Traffekt. Was ist dein Talent? Ich meine, außerhalb von Liebe und Sex. Mann, hast du nicht gesehen? Es ist nicht live, es ist nicht lustig. Das ist mein Geheimnis, ich habe keine Talent. Du bist nicht hübsch, Mann. Du sprichst deinen Punkt. Ja, das ist dein Kind. Du solltest du den Ponytail aus dem Hintergrund von diesem Mann! Und du! Okay. Da geht's. Okay. Was machst du? Jetzt, ich will, du tanzen. Ein Celebrity, hm? Ich brauche Musik. Oder... Du versuchst mich, zu schmerzen? Ich tanze. Gut. Was für eine Schmuck, da. Okay, jetzt schraub es, wie es ist heiß. Ich will, dass du dich schön und schmerzen. Komm schon! Schmerzen! 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 Oh! Bitte nicht töten mich, okay? Ich soll mich auf einem Magazin-Cover nächste Woche sein. Nein! 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 Hey, komm! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss! Tschüss!